So, ich habe kurz mal im Cutter geschrieben. Mal schauen, was da jetzt rauskommt. Landwirtschaft. Warum auch kein Tutorials. Wer braucht so was? So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir alles wieder auf die Reihe bekommen. Es könnten nämlich noch jemand sterben. Es gibt jetzt Proviantbeutel, habe ich gerade hier gesehen. Die gibt es jetzt auch. Finde ich ziemlich cool. Dann kann man die nicht weiter wegsdingsten. Eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht. Ziegen. Kann man auch Hunde haben und Katzen. Wo kommen wir mit Katzen hin? Ich habe echt lange nicht mehr gespielt mit. Guck mal, wir kennen sogar Erde. Wir müssen aber Erde dafür abbauen. Wir könnten eigentlich... Das ist ja Erde, oder? Lehm, schande. Wir könnten eigentlich... Von irgendwo da hinten. Hier, das ist schon alles Berg. Ja genau, das ist alles Berg. So, wir könnten von den Bergen hier abtragen. So, wir könnten dann hier einen langen Weg bauen. So, wir müssen wieder aufhören, da ist er aufhören. Weil hier können wir das dann auch noch... So. Ja, lasst sie verärgert sein, Mann. Gott. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Mann, ey. Genau. Was machen wir hier? Hier machen wir... Machen wir 5. Einmal mal 10. Better save than sorry. Da machen wir 5 von. Rechte Rüstung. Machen wir 10. Genau. Und... Davon machen wir auch 10, falls es nicht mehr reicht. Und der Rest... Ja, nee, lassen wir so. Was ist das hier? Essig kaufen. Ja, das ist gut. Äh... Konservierungsdinger sind immer gut. Wie sieht es jetzt hier unten aus? Okay, es ist in Ordnung. Kopftuch, ja. Passiert, dass es zu Kompost wird. So, jetzt wird nach und nach hier auch verbrannt, hoffe ich doch. Das machst du gerade. Das wäre gut, wenn man die mal priorisiert abtransportieren würde. Aber die zerfallen auch irgendwann. Ach so, hier können wir bestimmt... Ach guck mal, hier müssen wir auch drauf achten. Machen wir mal 600. Wir alle zusammen 600 haben. So viel können wir gar nicht herstellen, wahrscheinlich. Und Eisblöcke. Und Eisblöcke. Eisblöcke machen wir... Machen wir... Machen wir 50. So. Die gehen ja auch schnell wieder kaputt. Deswegen reichen ja 50. Das ist so. Was brauchst du denn dafür? Nicht viel, okay. Okay. Okay, was machen wir mit Knochen? Können wir als Baumaterial nutzen. Weiß zwar noch nicht wofür, aber okay. Schwierig, schwierig. Können wir eigentlich, zur Sicherheit, wir haben mal hier ein Felder drumrum bauen, oder? So drumrum, klack, 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 klack. Dann haben wir da Felder. Können wir mal, können wir mal anstreben. Wo war das jetzt? Fuck, wo war das? Hier. Wir brauchen mal viel Kalkstein tatsächlich. Aber ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sollte ja bald erledigt werden. Hoffe ich. Okay. Jetzt wird mal Zeit wieder für den Händler, würde ich sagen. Wir haben sehr viele Fachter, ob sie nicht gerade. Tierfoto sollte ich mir auch gelungen haben. Gut. Bier ist Bier geworden. Das ist schön. Und dann haben wir das auch wieder. Vielleicht sind sie ja nicht mehr so verärgert, die Leute. Einen Verlust haben wir jetzt halt gemacht, aber das können wir halt nicht ändern, ne? Probe rein. Alles verkaufbar, ey. Alles nachher verkaufbar. Runde Milch. Wir haben so viel von allem gerade. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Außer Kohl. Kohl haben wir irgendwie nicht mehr. Kohl ist ausgegangen. Was ist das? Ist das Gerste? Nehmen wir. Wilde Gerste. Das stimmt. Was ist das? Hohes Gras. Okay. Da ist nochmal nichts. Auch hohes Gras. Ich will eigentlich selber nicht los müssen. Ich bin mal ganz kurz. Ich werde angebuchen. So, da hat sich dann ein Abhol-Dienst kurz gemeldet, weil ich werde ja dann heute, wenn ich es heute aufgenommen habe, gehe ich nachher noch ein bisschen mit Freunden weg. Und wenn das hochgeladen ist, ist wahrscheinlich schon drei Monate her. Werde ich aber auch noch bearbeiten, wenn ich das hinkriege schnell. Genau. Schauen wir mal. Kettenhelm. Hä? Nimm doch nen Helm, du Hund. Achso, das ist ja gerade der Bergbau angezeigt, gell? Achso, das ist ja gerade der Bergbau angezeigt, gell? Das machen wir ja gerade. Das habe ich aber nicht gesagt, dass die Tiefe graben sollen. Stopp. Hä? Hä? Ja, das reicht jetzt erstmal. Danke dafür. Wir müssen andere Prioritäten setzen im Moment. Das ist halt das im Moment, dass wir halt wirklich schauen sollten. Ein Holz kriegen wir jetzt wieder, das ist gut. Was macht der jetzt? Okay. Was ist das? Warum darf ich den wegnehmen? Ich was mich anbelangt. Hm. haben alle wird zu viel fast schon das essen ich glaube vollkommen schwierig ich habe zum ersten mal seit langen wieder ein überschuss an alle von allen 36 32 mal zeit für eine neue für einen neuen sagst du jemand neues zwei ziegen heute wird einmal gejagt die lille Warum seid ihr denn verärgert? Hässliche Ausstattung, Freund ist gestorben Ja gut, es ist ja normal, dass er irgendwann stirbt Irgendwann stirbt jeder mal Hässliche Ausstattung, sagt ihr Ich glaube, es hackt Hm, schwierig Reif Dann ernt doch mal Er hat erst mal gepflanzt, erst mal pflanzen, dann ernten Macht ja Sinn, ne? Macht sicher gerne die doppelte Arbeit Er hat doch wieder auf Medieval Dynasty, actually Muss ja mal wieder schauen, wie es da aussieht Wahrscheinlich müssen wir eben neu anfangen Das wäre nämlich dann perfekt Dann kann ich einfach wieder durchstarten Dann muss ja die anderen alten Sachen weg Du erntest nur Und der andere pflanzt nur Oder was ist das Was war das jetzt hier Beten, beten Jetzt beten Ernst? Bethlehem, Alter Können sich erstmal fett weinen Und so hölfe Geil So muss das So nicht anders Wo ist jetzt der Adam Adam Riesel Macht gerade noch Gut Weiter geht's Das ist ziemlich komisch Muss ich sagen Aber wenn es klappt, dann klappt es Okay Handelsgar Halleluja Händler Wo ist er denn? Da läuft er Händler Händlerin Jawohl Und wir haben richtig viel Was wir geben können Das ist richtig gut Wir haben viele Beeren Wir haben alles Und das wichtigste Wir haben Wein Und Bier So Sagt da mal einer Wir sind nicht gut vorbereitet Es gibt gleich noch mehr Bier Mehr Bier Bier Mehr Wird auch fleißig gejagt? Nein, doch Ich kann noch nicht Sehe ich doch nicht So, jetzt geht der Händler dahin Und dann nehmen wir jetzt den Hungrigen Hendrik Ne Wir nehmen wir den jetzt am besten Wir brauchen jemanden, der gut handeln kann Aua Das Blitz und Blicken bin ich halt auch, ne? Trittfleisch Da kann ich wohl ewig schauen Dann nehmen wir halt einfach Den Winfried Bereits war Essen gerade vor Aber Wo bleibt denn der Winfried? Da ist der Winfried Hallo Winfried Grüß Sie So, wir haben Aua, haben wir Äpfel? Ach, nein, Apfelpfanne Bienenwachs können wir mindestens 100 hergeben Bienenwachs können wir mindestens 100 hergeben So Bier Gehen wir erstmal ganz her Die Hüte Die Hüte Dann auch weg Die Chroniken brauchen wir Heilpakete sind immer Was brauchen wir denn? Lassen wir die ganzen Kappen da weg Lassen wir die ganzen Kappen da weg Nehmen wir es 850 So Kopftücher dann auch weg 300 Minus 300 Kräuter Boah, 2000 Gold Da kann man richtig mit arbeiten Wir brauchen auf jeden Fall Wir nehmen jetzt die Schmiede Warte Nehmen wir den? Nehmen wir den, oder? Wir werden auch Lebziegel nehmen Könnte ich gerade Wir haben noch ein bisschen was vor uns hier Ne, es wird gerade da Aber den gebe ich dazu Ich gebe euch gerne noch mehr hiervon Ja Ja, ich nehme mir auch gleich was ab Keine Sorge Achso Das war's Wo sind denn die Mechanischen Dinger hier? Ja Die nehmen wir erstmal alle Das ist wichtig Die brauchen wir auf jeden Fall Kräutersamen haben wir Leder haben wir auch mehr als genug Leben Feuerbehälter Haben wir auch Das brauchen wir ganz auch Ich würde einfach die Schmiede nehmen Weil die Schmiede erleichtert uns noch einiges Und wir haben eh viel zu viel Was machen wir sie denn? Schmiede Boom Was hat man da noch anzubieten hier? Lehrbücher Nehmen wir auch einfach mit So, bitteschön Prächtig Aber wir können ja noch ein bisschen mehr Wir können ja noch ein bisschen Silber nehmen Weil Silber ist auch gut Silber ist auch immer gut So Nein Honig haben wir auch mehr als genug Was sollst du machen? Wir machen das jetzt so Wir geben dir noch Wir geben dir noch Honig 300 Stück Und nehmen dafür Noch ein paar Heilpakete Wenn das geht Mehr geht nicht 20 Wunderbar Haben wir bekommen Ist gut Ist ja gut Treue Söhne Englands Hussah Kann ich dir noch irgendwas abnehmen? Vielleicht Wir haben viel zu viele Beeren Was kann man damit noch verkaufen? Wir müssen irgendwas gescheites dafür kriegen Irgendwas gescheites Wir haben viel zu viele Beeren Johannisbeeren Erstmal Ich werde mir das niemals abkaufen Noch kein Forschungstisch Wir können gar nicht so viel abnehmen So pass auf Wir nehmen jetzt einfach die einfachen Heilpakete Und füllen Und füllen Mit Johannisbeeren auf Wenn es reicht Ich fülle mich das nicht Da kann ich nichts mitnehmen Ne Dann nicht Ne Dann nicht Wenn er nichts mitnehmen kann Bringt es mir nichts Wir haben einfach zu viele Johannisbeeren Das gibt es doch nicht Da kommt noch mehr Einfach noch mehr Aber Dann würde ich sagen Ich richte mich jetzt so langsam Jetzt kann ich auch das Auto speichern Wir haben jetzt ein bisschen was erledigt Gerne auch wieder Gerne auch länger Gerne auch wieder Viel mehr Und gerne auch ein bisschen zusammengeschnitten Wahrscheinlich Aber heute nochmal Ohne irgendwas Das kommt dann Wahrscheinlich Die Woche noch Vielleicht Was ist heute 27.12. Vielleicht die Woche noch Oder im neuen Und wir standen damit jetzt Neuer Jahr Ich weiß es nicht Wir haben eh schon zwei Folgen Ja wir haben schon zwei Folgen Die zweite Die kommt im neuen Jahr über Wie ist ihr das Und dann sehen wir uns wieder Für Ready or not Und keine Ahnung was Und Star Wars Jedi Fallen Order Und ja Da freue ich mich drauf Der Cutter ist informiert Und ich halte euch auf den Augen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao ciao Achso übrigens Bevor ich es vergesse Gerne noch ein Follow da lassen Und abonnieren Einen Daumen nach oben Und wenn es euch nicht gefallen hat Gerne reinschreiben Was euch nicht gefallen hat In die Kommentare Oder auch was euch gefallen hat Damit ich mich verbessern kann Macht's gut Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal